ARD Text im Auftrag von Funk Achso, wir kommen zu einer Runde, äh, äh, wie heißt das Spiel? The Culling. Richtig. Mit dabei ist der Nico. Und unsere erste Runde ever. Und wir gewinnen das. Ja, locker. Also, okay, wir haben ein Tutorial angespielt, aber hier labert irgend ein Gerät rum. Ah, für 175 Öcken kannst du da den Supply Drop, äh, ach, oh, Supply Drop von Black Ops 3 drin, naja, scheiße. Jawoll, Item Credit. Ah, lol, das ist geweihtes Wasser hier, glaub ich. Jawoll, ich hab mal... Ja, ist das? Ist ne Lampe mitten in der Höhle. Ist ne Kamera. Für Pärchen. Ist ne Kamera, Junge. Die beobachten dich doch. Es ist ne Spiel wie Hunger Games, nur halt sind wo. Ähm, ziemlich nice, find ich's eigentlich. Ach, scheiße, ich hab was falsches gecraftet. Nein! Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, hier ist noch mehr Stuff. Oh. Ich find das kacke, dass man Geld braucht, um sich Sachen zu craften. Ja, sonst wär's zu einfach. Oh, geil, ne Bandage. Ja, das ist trotzdem voll behindert. Ah, sind doch alle live, alles klar. Jetzt mal wir suchen und abstechen. Ja. Oh. Aber ich hab das Gefühl, trotz 180 FPS läuft das Spiel nicht ganz flüssig. 180? Ich hab 50. Ja, noch ne Bandage. Alter, wie weit geht's denn hier runter? Ist das ein Bunker oder was? Oh. Hallo? Oh. Kann ich wenigstens mal was finden, was auch einigermaßen moderaten Damage macht? Ein bisschen zu ruren. Alter, ich bin so am Arsch, wenn hier wirklich jemand reinkommt. Das ist ne... Axt! Somebody! We have got cut into little pieces! With a blade! Pff. Diese Ansagen sind teilweise so... Ah, ich hab mich eingesperrt! Ja, haha, haha, haha. Alter. Boah, du bist voll weit weg, Jun. Ja, hier sind... Ich... Ich komm hier nicht gleich, hier sind überall frühen. Du bist so weit geöffnet. Alter. Warte zu! Und hier ist nix drin. Oh, geil. Falls ich was übersehe... I'm a... Noob. Someone else! Just got hacked into pieces! With a razor sharp blade! Ich hab noch rasiermesser scharfe Klinge. Alles klar. Geil. Kann ich hier raus? Bitte. Oh, Gott sei Dank. Wo bist denn du? Ich hab harte Angst. Du bist ganz da hinten. WTF? Ich hab so Angst, Alter. Du, Nutte, komm her. Ich bin fertig. Ah! Was? Was? Der hat einen Armauer! Ah! Nicht sterben! Ich renne weg. Oh... Geh weg, du Nutte! Ah, lol! Wie... Wie erhebt der mich? Ich hab Remote Explosive! Junge, ich spring ihn weg! Komm zu mir! Witzig! Komm zu mir, Junge! Ja, ich... Leul, da ist noch ein zweiter. Lauf der ja. Ja, ich bin tot. Da ist nur einfach zwei Leute. Keine Chance. Geil, das heißt du darfst jetzt zugucken. Nice. Ja. Aber geil. Ja, wir gewinnen das. Schöne erste Runde. Ich mach das. Ah, süß bist du in deinem... Unterhöschen. Hm. Hi! Aber das sind zwei Leute, die sind richtig krasse Cryptshot. Ich hab hier ja C4. Jawoll! Das ist ja noch an, wo geile Stuff... Ich glaub, hier war schon mal wer. Mhm. Hallo! Ja, ja. Ich bin friendly. Ich seh deine Leiche noch blinken. Someone just killed another contestant. With a knife! La la la... Hu hu. Zeig uns, was du kannst. Zum Goku. Knife! Knife! Was? Jawoll. Hm. Ich bin leicht verunsichert. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Lauf geradeaus. Da ist nix. Alles klar. Und seh ich auf jeden Fall. Links ist irgendein krasses Gebäude. Ja, lauf dahin. Ja, alles klar. Das ist die Mitte, oder? Kann sogar sein. Das ist bestimmt richtig geil, der Stuff. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich hab irgendwas Piepen gehört. Alter, bin ich paranoid? BOOM! Das wär's jetzt. Komm, ey, guck doch mal da in das Fass rein. Komm, wir in den Fässer rein gucken. Alter, dieses Piepen. Achso, das ist die Truhe. Aha, ihr Nutten. Weh, Schweine. Wo willst du denn? Da ist aber keiner. Hat das schon gelootet. Übernutz ich den Kram eigentlich? Was denn? Drück, äh, linke Maustaste. Das leften Maustaste. Oh, ich bin ein bisschen erkältet, ey. Fett mit... Achso, ein bisschen so fett mit Fieber und so. Aber... Alles für die Fans! Leften Maustaste. Was ist auf dem Boden? Oh... Wie wär's denn, wenn... Jetzt kommen die drei Super-Krates in die Mitte. Eigentlich würd ich ja schon gern, aber... Ja, geh einfach! Trau dich! Ich hätte wenigstens so einen Man-Tracker oder so. Ich weiß, dass du's willst. Hast du das auch gerade gehört? Ja... Das... Das macht mir Angst. Aber ich lebe ja schon. Ich geh in den Keller. Was ist das? Und das tut mir nicht. Ja, nice. Hallo? Oh! Leute! Alter! Sauerschreckend! Du, 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 du... Ich hab ne Bandage, Alter. Okay. Wir können das machen. Ja. Okay. Was hast du da? Was hast du da? Knochen. Hä, hast du jetzt ein Knife? Nice. Ey, voll das krasse Knife! Oh! Oh mein Gott! Gib her! Es haben! Oh Gott, hier ist wirklich nichts. Aber hier ist so der Endfight wahrscheinlich. Oh ja, ich hab Angst. Vielleicht kommen wir schon so zwei Spacken um die Ecke voll ausgerissen und machen mich einfach. Ja, ich kann ja in der dritten Person so ein bisschen in mich rumgucken. Du musst scouten? Hammergal. Ja, geht doch, geht doch hinter dir da in das Gbäude rein. Ich wär... ich gespawne doch gleich Loot. Oder bin ich behindert. Ja, ich weiß es nicht. Hat doch grad irgendwas angesagt. Geiles Nerven ist total. Ah. Fucked. Nee, lieber nicht. Nee. Oh, hi. Dead. Gott sei Dank, geil. Haha, nice. Hm. Und? Alle weit weg? Ja. Ja, da kannst du verkaufen. Mad Kid? Ja, ist geil. Brauch man. Noch einen Mance Tracker. Noch einer. Hätte ich gebrauchen können. Hm. Keiner da. Haha. Uh. Gib mir Stuff. Oh, noch mehr Explosive. Hammergeil. Na, ich kann aber nur nichts mehr tragen. Lass einer hochgehen. Oh, jetzt kommen sie von da. Ich hab Angst. Warum lässt du mich alleine? Ja, was geil. Warum sponst du so weit von mir weg? Wir werden zusammen alles erkunden können. Wenn das wer aufmacht. Nick. Wer lustig hab ich aber Angst vor. Ja, wo sind wir? Da oben. Da direkt. Geradeaus. Tatsächlich. Oben drauf. Der ist jetzt runtergesprungen. Läuft. Nach links. Oh, warte ich auf nen Plan. Hehehe! Hast du die Dings aktiviert? Heheheh. Da läuft hier keiner durch. Dann zwinge ich sie da zu. und jetzt war lustig wird auch gehört du als sie Partie ich finde es nicht so gern für abzieht es ist nein das kommt auf sich zu das geht noch ein ganzes Stückchen haltet mit doch warum hat denn der einen Bogen der Assi was ist das denn geht das Gas auch wieder weg oder bleibt er nicht nur das als er es bleibt komm was er kann kann ich auch was er oh gott da sind leute ich habe mich gesehen das ist mir egal ich muss es tun ich mache das ich habe die könnte ich aber nicht bei der Anzogeldung Prozent ja ich bin so was wird sein man sie sich in der nächsten Runde krasse Scheiße Prozent bis den er bei drei Prozent